hallo freunde der aquaristik wie ich euch die tage schon versprochen habe machen wir heute mal ein bisschen werbung und zwar geht es heute um den jbl crystal profi i80 green line den innenfilter von jbl erstmal bedanke ich mich bei der firma jbl dass sie mich hiermit unterstützt haben und freue mich dass ich dieses produkt vorstellen darf und wie ihr wahrscheinlich schon wisst werde ich in einem weiteren video die modifikation des filters zeigen also in diesem video geht es um ein unboxing also um euch diesen filter einfach mal vorzustellen es geht um diesen filter ich werde ihn jetzt einfach mal öffnen so jetzt haben wir als erstes die anleitung und zwar geht es hier gleich um die gesamte modellreihe vom i40 bis zum i200 und die die größenangabe also die die ziffer bedeutet bis zu welcher größe jbl den filter konzipiert hat so machen wir weiter so ist aber erst mal zugehör und hier kommt der filter hier ist noch mal eine schnell anleitung karton ist leer so da haben wir das gute stück man sieht hier oben ist der pumpenkopf und hier sind 22 filter einheiten und jede filter einheit hat ein volumen von 0,25 liter also filter material volumen das also beide zusammen ein volumen von einem halben liter besitzen das ist für einen innenfilter für schwamm betriebenen innenfilter schon ganz ordentlich weiterhin kann man hier oben den auslauf um 90 grad drehen hier oben auch das hebel und was also bei diesem filter bei diesem innenfilter also auch außergewöhnlich ist er ist regelbar und zwar von 420 liter runter bis auf 150 liter pro stunde und geregelt wird er indem man diesen hebel verdreht mit dem man auch gleichzeitig den ausströmer verstellen kann man öffnet den filter indem man diese beiden clips eindrückt und dann kann man den kopf abziehen und hat gleich den filterschwamm in der hand in dem filter befindet sich ein röhrchen und halt der filterschwamm der geriffelt ist damit das wasser sich auch etwas eine etwas größere oberfläche vorfindet entsprechend das gleiche in dem in dem zweiten teil in dem unteren teil unten ist noch mal deckel wenn man den filter zum reinigen aus dem aquarium heraus nimmt dann strömt kein schmutz aus den patronen ins wasser ins aquarium zurück sondern hierüber über diesen auslauf strömt das wasser ins becken und zwar über die mitte also über die saubere seite was mir an dem filter besonders gefällt ist dass man zusätzliche filter stufen bekommen kann dadurch kann man diesen filter aufrüsten und dann entsprechend der höhe des aquariums entsprechend patronen dran machen ein bis zwei und kann damit das filter volumen deutlich vergrößern die größeren filter haben automatisch schon mehr stufen dran allerdings ist der pumpenkopf auf stärker und ihr kennt alle meine ausrichtung ich sag ein filter sollte möglichst nicht so viel wasser durchlaufen lassen dass also da ich persönlich empfehlen würde wenn ihr einen filter verwenden wollt dann nimmt den kleineren und holt euch zusatzmodule und erweitert den und dann könnt ihr wie gesagt immer noch drosseln an dem filter ist ein relativ langes kabel also zwei meter das ist also auch schon außergewöhnlich die meisten filter haben nur ein kabel von meter 30 bis meter 50 und hier wie gesagt sind zwei meter dran und damit ausreichend für jedes aquarium um die pumpe selbst also den antrieb selbst zu reinigen nimmt man den deckel ab und kommt direkt an den antrieb dadurch kann man also sowohl hier mit einer kleinen bürste mit einer kleinen schlauchbürste oder mit einer kleinen flaschenbürste hier innen sauber machen und auch entsprechend den antriebsmagneten und die achse beides ist selbstverständlich austauschbar falls mal der abrieb an der achse zu groß sein sollte beziehungsweise wenn der magnet mal ausgeschlagen sein sollte und krach macht entsprechend baut man ihn natürlich wieder zusammen dieser filter hat bis zu einer leistung von 450 liter pro stunde einen sagenhaft geringen stromverbrauch von nämlich nur 4 watt das entspricht einer ersparnis gegenüber dem vorgängermodell von 61 kilowattstunden pro jahr also entsprechend ungefähr 12 euro das ist also schon erstaunlich schon alleine die ersparnis wie schon gesagt der filter ist ausgelegt auf aquarien von 60 bis 100 liter volumen also gedacht für 60 zentimeter aquarien bis 80 zentimeter aquarien für den filter gibt es diverse zusatzmedien und da haben wir zum beispiel einmal eine aktiv kohle patrone biofilter kugeln für die biologische filterung eine patrone zur entfernung von phosphat mal so alten probleme zu reduzieren dann den sogenannten clear mac das ist ein filter material was diverse schadstoffe aus dem wasser entfernen kann und das tor mac das ist ein torfgranulat also ein aktivtor filter zur veränderung der wasserqualität beziehungsweise zur anreicherung des wassers mit huminsäuren so jetzt schauen wir mal was an zubehör dabei ist so dann haben wir hier haben wir die sauger die werden durchdrehen befestigt man die sauger am filter so jetzt sind die filter die saugnäpfe dran man sieht also schon hier an der an der steilheit der saugnäpfe dass die also eine extrem hohe saugkraft besitzen wenn man den filter in die aquarien ecke drückt dann drücken sich die sauger sehr sehr intensiv ans glas so dass also auch der abstand von der kante zum glas also sehr klein wird dadurch wird also weitestgehend verhindert dass tiere hinter den filter schwimmen können und sich einklären so dann gibt es verschiedene auslaufsysteme hier haben wir einmal ein breitstrahldüse wird einfach auf den auslauf gesteckt und man erhält durch die form die möglichkeit dass man also den auslauf hoch oder herunter stellen kann so wird die wasseroberfläche stärker bewegt und so halt entsprechend die tieferen zonen man kann den natürlich auch quer stellen um ihn zum beispiel dann der aquarienrückwand entlang strömen zu lassen eine weitere option sind düsenstrahlrohre damit kann man eine breite verteilung des auslaufs erreichen die steckt man hier ein und je nachdem in welche richtung man diese ausstrahldüsen dreht kann man natürlich die auslaufrichtung verändern es ist ein zweites düsenstrahlrohr dabei dass man einfach auf das andere drauf steckt und das kann man theoretisch natürlich auch in eine andere richtung strahlen lassen oder einer kann richtung wasseroberfläche strahlen dass die wasseroberfläche stärker bewegt wird um zum beispiel eine karmhaut zu vermeiden und damit das wasser nicht ungehinderte hinten raus läuft ist hier eine endkappe mit der man dieses düsenstrahlrohr verschließen kann links zum filter findet ihr wie immer in der video beschreibung um ein fazit zu setzen also für einen innenfilter ist dieses modell von jpl sehr empfehlenswert und wie schon gesagt in einem weiteren video werde ich zeigen wie man diesen filter verändern kann damit er meiner meinung nach etwas besser läuft wenn dir dieses video gefallen hat abonniere bitte meinen kanal aktiviere das glöckchen damit du keine videos verpasst und was du von dem filter hältst schreib mir doch bitte in die kommentare und vielen dank für dein interesse